Nach diesem Video wirst du die besten 5 Tipps für Wirtschaft und Recht für das Abitur 2019 haben und so wie ich ganz knapp an den 15 Punkten, die ich gesagt sogar vorbeigeschrammt bin. Ich hatte nur in Anführungsstrichen 14, das lag daran, dass meine Lehrerin mich einfach was von meinem Streichgebiet, was sie mich nicht hätte fragen dürfen, Fragen gefragt hat. Aber gut, an meinen 1,0 den Abiturberufen hat es auch nichts geändert und da ich natürlich möchte, dass ihr auch das meiste aus euren Abiturberufen rausholt, jetzt hier meine besten 5 Tipps. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Stil. Und wir starten direkt rein, der erste Tipp ist, sehe dich selbst in der Anwendung. Was meine ich damit genau? Damit meine ich nicht konkret die Anwendung des Stoffs, sondern mehr, dass du dir selbst vorstellst, du würdest das anwenden, worum es in der Schule geht. Also egal, ob es jetzt in Recht darum geht, irgendwelche Rechtsfälle zu prüfen, dich dann wirklich als Anwalt zu sehen, der das prüft. Weil in dem Moment, wo du diese Identität annimmst, wirst du das Ganze viel strukturierter machen, viel ordentlicher, viel akribischer. Und das gleiche gilt auch, wenn du zum Beispiel bist, du bist auf einmal ein wichtiger Politiker und musst irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen treffen. Wenn du das einfach nur lernst, weil es in deinem Heft steht, dann ist es so, oh ja, keine Ahnung. Aber wenn du das Gefühl hast, das ist die Datengrundlage, auf der es wirklich eine Entscheidung getroffen wird, die Milliarden von Menschen beeinflusst, dann wirst du richtig gut aufpassen. Zweitens, Liebe, Geld. Liebe, Geld. Ja, das meine ich einfach aus dem Grund, weil in unserer Gesellschaft ist das Thema Geld total verschwiegen. Ja, es wird sehr wenig darüber geredet und es ist fast schon verhasst. Ja, also man redet nicht über Geld. Ja, das ist so ein ganz oft Satz, den ganz oft unsere Eltern zu uns sagen. Ähm, oder auch die Lehrer. Aber Wirtschaft dreht sich nun mal sehr stark um Geld. Das ist, der Wert und Geld ist damit einfach der, der Kernelement von, ähm, von Wirtschaft. Deswegen lerne Geld zu lieben. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die, weil die, weil dich dann die ganzen Thematiken viel mehr interessieren werden. Ja, zum Beispiel mit so einer Notenbank. Ja, wenn, wenn Geld für dich was Böses, was, was Unspannendes ist, was, womit man nichts zu tun haben sollte, dann denkst du dir so, ist doch egal, ob die jetzt da 8% mehr oder weniger bekommen. Dann denkst du, ey geil, Alter, Geld gibt einem Freiheit. Ja, dann ist es für dich einfach super wichtig, ob man da jetzt 8 oder 7% bekommt. Ja. Und einfach versuch das Interesse da zu erhöhen, weil wenn du das Interesse für das Kernelement des Faches, ähm, entwickelst, dann ist natürlich vollkommen logisch, dass du auch mit viel Motivation beim ganzen Lernen dabei sein wirst. Drittens, denke alles durch. Versuch nicht nur bei, beispielsweise dem Marktmodell, einfach nur zu verstehen, okay, wie das denn abläuft oder eine Angebot, eine Nachfrage, ja, wann genau da dich was trifft. Nicht einfach nur auswendig zu lernen, sondern versuch es wirklich zu verstehen und das dann auch wirklich mal zu durchdenken. Also, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich hier diese gerade verschiebe? Was bedeutet es, wenn ich diese gerade verschiebe? Welche Auswirkungen hat die Preisschwankung, das, die Notenbankintervention oder was auch immer gerade bei euch Thema ist? Denk es durch. Denk auch von allen Ecken. Was würde passieren, wenn ich die Variable verändere, die Variable verändere? Warum ist dieser Zusammenhang so? Also, versuch da wirklich deinen ganzen Kopf richtig reinzubringen, weil du wirst es in der schriftlichen Abbrübenformat, wirst du es definitiv brauchen und gerade im mündlichen auch. Ja, da hast du dann vielleicht was super hingezeichnet, was du gut gelernt hast, aber dann kommen einfach ein, zwei, drei kritische Rückfragen. Okay, ja gut, aber wenn wir jetzt den Balken von da nach da verschieben, was ist denn dann passiert? Ähm, 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 da war ich nicht drauf vorbereitet. Und genau das soll euch nicht passieren, deswegen bitte unbedingt alles durchdenken, damit du alle Szenarien schon kennst und egal, was der Lehrer fragt, du eigentlich schon die perfekte Antwort hast. Viertens, sei pingelig, ja, und das geht natürlich vor allem, wenn es um das Thema Recht geht, ja, da musst du einfach pingelig sein, ja, man kann zum Beispiel nicht denken, ja, okay, wenn du zum Beispiel so einen Fall auswerten sollst, ja, du rechtst alles, du guckst alles durch und dann merkst, okay, die eine Sache ist jetzt eigentlich, das eine Merkmal oder wie genau das heißt, ist nicht erfüllt, ja. Ja, und dann denkst du dir so, ja, aber es ist jetzt schon übertrieben, das nur deswegen nicht passieren zu lassen, dann schreibst du irgendwie, weil dein Gefühl es dir sagt, doch hin, ähm, ja, die Person ist unschuldig oder so, obwohl halt durch das eine Ding, muss sie halt zum Beispiel den Sach-, äh, den Schadensersatz leisten. Dann muss die Person auch den Schadensersatz leisten, dann ist deine persönliche Meinung egal, es geht einfach nur um diese Merkmale, die du dir eben untersuchen musst, deswegen sei da richtig pingelig, ja, sei so pingelig, wie du kannst, dann darfst du mal so richtig klein kariert und deutsch sein, das ist einfach richtig, richtig wichtig. Um in Recht auch die volle Punktzeit zu bekommen. Fünftens, alles beim Lehrer nachfragen. Dadurch, dass es gerade in Wirtschaft oft so ist, dass man sehr schnell das Gefühl haben kann, man hat es verstanden, aber wirklich jedes Szenario von, beispielsweise so einem Marktmodell oder einem Angebot, Nachfrage, Verstiebung, nicht tausendprozentig verstanden hat, das macht dann einfach so Halbwissen von Mitschülern saugefährlich, ja, okay, deswegen, gerade weil es auch in Recht um jeden einzelnen Punkt, jedes Merkmal geht, geh mit deinen Fragen immer zum Lehrer. Ja, klar, wenn du einen inkompetenten Lehrer hast, macht es nicht so viel Sinn, hehe, aber ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare zu nehmen, zu der Stelle, ähm, aber, denn, dann, wisst ihr, was ich meine? Übrigens, in der Stelle, ich sage, geile Community, weil ich muss immer, muss ich jetzt gerade an so viele lustige Kommentare, die ihr schon geschrieben habt, das macht auch, ähm, meinen Tag oft aus, deswegen vielen, vielen Dank an die ganzen, ähm, ja, Witzbolde unter euch, das ist immer, um das nicht, die Kommentare zu lesen, ähm, das nur als Side-Notes, aber, ja, es ist einfach super wichtig, dass du, ähm, dass du bei den Lehrern nachfragst, weil, wenn du das nicht machst, dann gefährdest du einfach, dass, dass, dass jemand, der so wirkt, gerade wenn du es noch nicht so gut kannst, dann wirkt eine Person, die es etwas besser kann, als du schon, als sehr gut, obwohl sie eigentlich auch nur Halbwissen hat, deswegen geh einfach gleich zum Lehrer, wenn er eben kompetent ist, ähm, und hol dir das sichere Ding ab, weil, dann kannst du, vor allem auch, wenn dir das sehr fachlich kompetent, aber einfach erklärt, kannst du die Zusammenhänge, die öfter mal komplex sind und wo man so dreimal rumdenken muss, bis man es gecheckt hat, kannst du auch einfach so Klick machen und dann denkst, ah, deswegen ist es so und so, jetzt verstehe ich es endlich, deswegen da, Weg bitte direkt zum Lehrer wählen und nicht zu den Mitschülern. Ansonsten, der direkte Weg zum Traumabitur ist natürlich über unser Traumabitur-Coaching, wenn du daran teilnehmen möchtest, einfach unter diesem Video, ähm, auswählen, wann du mal Zeit hast, auf den Link klicken, ähm, und dann werden wir mal sprechen, schauen, ob ich dein persönlicher Coach werde, das ist natürlich vollkommen, ähm, der Ersttermin ist natürlich vollkommen kostenlos, ähm, das heißt, nur weil du da draufklickst, da kaufst du nichts oder sonst irgendwas, einfach mal dir das Ganze anhören und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir bald hören uns im nächsten Video, dein Leo. ENDE ENDE